Stadtwerke Energie, Jena Pösneck, Günther, guten Tag. Hallo, ich bin Rosi und seit 31 Jahren bei den Stadtwerken beschäftigt. Und davon 30 Jahre hier am Empfang. Ich liebe meine Arbeit und das Gefühl, den Menschen täglich weiterhelfen zu können. Doch nun freue ich mich auf meinen wohlverdienten Ruhestand. Rosi ist die gute Seele des Hauses. Wir werden sie sehr vermissen. Aber natürlich gönnen wir ihr den Ruhestand. Und jetzt suchen wir eine Nachfolge. Der Empfang ist das Herzstück hier im Haus. Ein zentraler Anlaufpunkt für unsere Mitarbeiter, für ihr Partner, aber auch für Kunden. Und wenn du auch die gute Seele des Hauses werden möchtest, dann bewirb dich. Oder vielleicht kennst du jemanden, der die gute Seele werden möchte. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Bis zum nächsten Mal. Ja, bitte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.